IG Puppen, check it up right now, Link in der Beschreibung, die günstigsten FIFA-Coins. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Podcast. I am the one, the one. Dieser Depp, Alter, macht denn überhaupt noch irgendjemand? Pogba Pack Slips. Ja, Freunde, heute gibt es ein Pogba Pack Slips. Da spiele ich gegen einen von euch da draußen. Und da könnt ihr natürlich wieder einen satten Preis abräumen. Diesmal gibt es aus unserem Shop gar nichts. Mal zur Abwechslung gibt es heute nichts aus unserem Shop, sondern eine 100-Euro-Playstation-Network-Karte. Also insgesamt 2x50. Ich glaube, 100er gibt es ja gar nicht. Also das ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Preis. Davon könnt ihr dann Packs öffnen oder euch irgendwelche Spiele kaufen oder was weiß ich was. The main man in diesem Team wird natürlich sein Paul Pogba. Und ja, Freunde, ich dachte mir, ich zeige euch mal kurz hier meine Fortschritte bei Food Champions. Denn die sind wieder überragend. Da habe ich wieder richtig auf die Kacke gehauen. Guck mal, wir haben jetzt Samstag, 6 Uhr oder sowas. Und ich habe gerade mal 3 Spiele gemacht. Ich komme da einfach nicht auf diese 40 Spiele. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Also das ist mir echt ein Rätsel. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal in den Shop rein und werden 3 von den 25 K-Sets ziehen. Da sind nur Spieler drin, 3 seltene. Aber wenn man nicht sagen, starten wir direkt mit dem ersten. Komm schon, gib uns was Geiles. Schon wieder so eine Hulenzon-Pisser-Sternschnuppe. Julio Cesar 81er. Der wurde, glaube ich, gedowngradet. Am Anfang war der, meiner Meinung nach, ein Pisser mit 83. Ja. What the fuck, Alter. Was zur Hölle geht denn bei dem ab, Alter? Der hat ja mal richtig in die Kloschüsse seine Haare gesteckt, ey. Einfach blaue Haare. Zweites Pack. Let's go. Komm schon, gib mir was Geiles. Schon wieder so eine Hulenzon-Sternschnuppe. Und das wird Gomez. Okay, das ist kein schlechter Spieler. Sehr schneller Mann. Vier-Sternes-Skills. Hat auch, glaube ich, zwei, drei geile Informs. Da haben wir noch Hermann drin. Salaki, Suriano, Bokani. Let's go. Let's go. Let's go. Wen haben wir drin? ZIV. Wow. Den kann man auf jeden Fall nice mit Julio Cesar linken. Das ist schon mal sehr, sehr geil. 81er Hardell. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir jetzt hier mit den ganzen Pissern machen können. Und dann sehen wir uns beim Team in 3, 2, 1. Das ist unsere heutige Mannschaft für das Paul-Pogba-Pack-Slips. Und ja, Freunde, ihr seht schon, wir haben natürlich hier den Typen mit den blauen Haaren direkt reingepackt. Der passt da perfekt rein. Dann haben wir noch Hardell. Wir haben Molinaro, Gomez, Bokani, Redmond. Und ja, ich werde auf jeden Fall in-game dann auf 4-1-2-2 umstellen. Pogba vorne als ZOM. Gomez, Bokani vorne. Und ja, wir spielen heute gegen den Marvin. Und dann bin ich mal gespannt, was der drauf haben wird. 100 Euro PSM-Guthaben stehen on the line. Und dann würde ich sagen, auf ein gutes Spiel. Let's go. Boom. Und hier haben wir auch schon das Team von Mavs. Der ist komplett auf Rille, Alter. Der hat ja richtigen Japanese-Fetisch, ey. Er spielt ja mit einer kompletten japanesischen Mannschaft. Ich kenne da Kagawa, Yakusaki, Tsankaki, Toyota, Hyundai. So, Freunde, los geht's. Er musste mich einladen für die, die sich denken, hä, warum spielt der jetzt nicht zu Hause? Ach, du Scheiße. Pass mal auf, hier Shinji Kagawa. Weil irgendwie habe ich ihn versucht einzuladen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, EA-Server mal wieder OP überlassen wird. Keine Ahnung, was da abging. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal umstellen, Freunde. Boah, Pogba rasiert ja mal komplett hier. Oh, das hat da, da kommt ja ein bisschen glücklich. Bam. Boah, das war ohne Spaß. Die Grätsche kam von dem mit den blauen Haaren, Alter. Richtiger Super Saiyajin, dritte Form. Läuft. Stark von Pogba. Wunderschön, Alter. Der flickt den Ball dreimal hoch, der Typ. Komm, jetzt auf Pogba. Von Pogba haben wir bisher noch nicht so viel gesehen. Er muss jetzt hier einfach mal durchpacen, der Pisser. Komm, Pogba, Junge. Was für eine Maschine. Ja, Maschine. Jawohl, Alter. Schön von Pogba. Und den stecken wir durch. Und Pogba macht den rein, Alter. Wir sind gerade sowas von in der Druckphase. Pogba, Pogba. 2-1, Alter. Der Typ ist eine Granate. Komm, roll Pogba. Kleiner Skillrun jetzt hier erstmal. Roll Pogba. Junge, Junge. Ist der Typ krank. Scheiße. Schaut euch mal bitte den Spieler in der Mauer an. Junge, Junge, Junge. Da war ich ja mit zwei Jahren schon größer. Komm, Pogba. Pogba. Was? Hä, was war das denn für ein Tor? Okay, ich wollte gerade sagen, der ist sowas von daneben gegangen. 3-1. Pogba, Dreierpack. Oder die Joto Uzumara macht das Eigentor. Pogba hat noch nicht genug, Alter. Voll Pogba. Oh, 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 oh. Jetzt wird es nochmal gefährlich, Alter. Und diese kleinen Flitzer, ne? Guck mal, wie klein der ist, ey. Aber die sind schnell. Oh, da gehen wir durch, Alter. 4-2 Entscheidung. Damit gewinnen wir dieses Packslips gegen den Mauer mit 4-2. Es war wirklich ein geiles Spiel. Hat mega Bock gemacht. Der hat auch viel geskillt. Und das mit so einem komischen Team. Das habe ich noch nie gesehen. Vor allem, guck mal, da rechts. Da läuft der wieder. Dieser kleiner Pisser, ne? Der ist ja maximal 1,50 groß. Aber geht ab, Alter. Schmitzkatze ist da. Und ja, Freunde. Das war es soweit auf jeden Fall von diesem Packslips. Hat mega viel Bock gemacht. War mal komplett. Guck mal, wie klein der ist, ey. Guck mal, wie klein der ist. Grüße gehen raus an den Mauer. Und dann würde ich sagen, war es das soweit von mir. Macht's gut. Und lasst einen Daumen nach oben. Da haut rein. Und ciao.